So dann der Bastelzeit oder sowas in die Richtung, denn eigentlich ist es gerade so ein Schnellschuss, weil es tut nicht was ich will. TLDR, ich habe hier einen Monitor, den ich auch mal gezeigt. Ist eigentlich so ein Gaming-Monitor-Gedönse. Aber hey, er ist groß, er kann 2K, möchte man eventuell noch weiter benutzen. Kann ich auch am PC anklemmen, funktioniert einwandfrei, hat aber einen Nachteil, hat nämlich nur einen hiervon. Ja, DisplayPort. Eigentlich auch genau das, was man haben möchte, aber leider halten wir einen. Das heißt, ich kann hier den Rechner reinstecken, wenn ich aber mit dem Laptop hier arbeiten möchte, muss ich den erstmal aus dem Rechner hinten irgendwie rauspopeln, anderes Kabel dran stecken, weil mein Laptop hat auch Mini DisplayPort als Ausgang und ja, ist nervig. Meine Idee war jetzt, kommen wir kaufen mal gerade bei der letzten Bestellung was mit und geworden ist es das Ding hier. Das ist ein Trommelwirbel-Umschalter. Wir können hier den Knopf rein drücken oder raus lassen. Eins, zwei. Das Ding hat dann zweimal DisplayPort hier und einmal DisplayPort hier mit einem Micro USB als Stromversorgung. Ja, gut. Idee war, okay, können wir dann ja benutzen. Stand auch, glaube ich, im Produktdatenblatt. Ich gucke gleich nochmal nach, dass man es benutzen könnte. Also, mal Micro USB hier rein und ja, nichts. Okay, nichts ist ein bisschen wenig. Also holen wir mal unseren Monitor, stecken den hier an den Ausgang, nehmen mal ein Kabel mit DisplayPort, was zum Rechner geht, stecken das hier an den Eingang und ja, egal was ich drücke, hier drauf ist nichts an Aktivität zu sehen und mein Monitor meint die ganze Zeit, ja, da ist doch nichts. Dann soll der not. Nun ja, ich habe dann mal was anderes probiert und zwar habe ich mal spaßeshalber die umgedreht. Machen wir mal hier einen Rechner hin. So, Rechner hinten dran. Oh, guckt mal, die 1 leuchtet. Jetzt leuchtet die 2. Und ich glaube, ich muss nicht weiter erklären, was passiert, wenn ich jetzt hier einstecke. Tada! Ich weiß, man kann es jetzt nicht sehen, aber eventuell sieht man, dass sich die Helligkeit ändert. Der Monitor klappt. Wenn ich jetzt auf 2 umstelle, klappt der Monitor nicht mehr. Das heißt also, ja, zwischen dem hier kann ich zwischen zwei Monitoren umschalten. Aber nicht wie ich wollte zwischen zwei Rechnern. Das ist ungünstig. Ich gucke gerade noch mal. Ich glaube, hier habe ich eh keine Möglichkeit mehr, das Ding zurückzugeben. War auch nicht so feuer. In Zweifelsfall zerlegen wir mal. Mit Glück haben wir ja irgendwie eine Möglichkeit, da drin was zu sehen. Okay, und ich habe mir gerade noch mal die Beschreibung durchgesucht. Das ist so schönes Denglich. Blablabla. DP-Schalter kann DP-Signale mehreren Gruppen mithilfe von hochauflösenden Anzeigegelehrt wie HDTV umschalten, manuelle Umschalttaste. Vermeiden Sie häufiges Ein-Ausstecken von Kabeln kann bla 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 bla. Mit dem DisplayPort Umschalter können Sie zwei DP-Quellen an ein DP Display oder einen DisplayPort anschließen. Quelle zum Umschalten zwischen zwei Anzeigen. Wichtiger Hinweis, zwei Anzeigen können nicht gleichzeitig angesprochen werden. Okay, das klingt tatsächlich so, als ob er das nur in die eine Richtung kann. Was halt ein bisschen nervig ist, weil im Titel steht zweimal eins oder einmal zwei. Und das hätte ich als bidirektional dann erwartet. Vor allen Dingen, weil er halt auch, wie er gesagt hatte, manueller Umschalter. Da hätte ich jetzt auch nur irgendwie einen Schalter erwartet. Aber ich schätze hier im inneren Werkel dann doch noch ein bisschen mehr. Und ich würde mal sagen, wir schrauben den einfach auf. Hier hinten ist das QC-Siegel. Das heißt, wir schrauben einfach mal die andere Seite auf und vermuten schon fast, dass das dann alles da rausfällt. Also mal gucken, was da drin ist. Ich habe zwar die dumpfe Befürchtung, es ist dann wirklich ein Trans-Siever und der geht nur in die eine Richtung. Ja, nervig, aber ist halt dann so. Das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass die Sachen relativ selten geworden sind. Solche Umschalter. Ich meine, wer nutzt sowas heute noch? Heute hat ja meistens so ziemlich alles mehrere Dutzend, nutzen vielleicht nicht, aber doch ein paar mehr Anschlüsse. So die anderen Anschlüsse, wie ich hier angucke, die anderen PCs oder Monitore. Die haben meistens DisplayPort. Ein, zwei Stück haben HDMI, haben VGA, DVI. Da ist dann die Auswahl relativ klar. Holt man einfach einen anderen Port und schaltet am Monitor um. Und in die andere Richtung. Naja, wenn man mehrere PCs zu einem Monitor umschalten möchte, dann ist das meistens eher so ein professionelleres Setup mit KVM-Gedönsel. Die kosten dann wieder ein paar Euro mehr. Ich meine, im Notfall hole ich mir sowas. Da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ist zwar nervig, weil das passt dann auch nicht hundertprozentig, weil der PC, wo ich eben PC gesagt habe, das ist eigentlich auch eher so etwas mit Dock. Okay, der Schalter blockiert das. Und da haben wir das Ganze doch. Wir haben hier unseren Hauptschalter. Wenn wir gucken, hier gehen diese gebogenen Signale vom DisplayPort rein. Hier noch ein Spannungsregler. Wahrscheinlich 3,3 Volt. Ist ein AMS. Fast. 1,1,1,7, 3,3. Okay. Das ist doch kein Eingangsdiode. Der hier ist abgeschliffen, wenn es so wie es aussieht. Ich hätte vermutet, dass das jetzt ein Speicher ist. Der hier ist nicht abgeschliffen und der auch nicht. Mal schauen, was da steht. Der lange ist ein P13WVR. Das andere ist ein RS2227. Hier steht auch Bidirection Switch. Wenn der Bidirectional ist, wieso geht das da nicht? Na gut, mal die Datenblätter suchen. Okay, der RS2227, das ist ein 1 zu 2 Multiplexer Demultiplexer für USB 2. Macht in dem Sinne jetzt erstmal keinen großen Sinn, würde ich sagen. Es sei denn, man nutzt den, um zum Beispiel iSquessi oder so umzuschalten und missbraucht den quasi. Dass man da gar kein USB drüber laufen lässt, sondern was anderes. Denn solange es halt einfach nur ein Switch ist, der nichts an Logik da drin hat, kann man das durchaus machen. Dann hat man halt nicht USB da drüber, sondern irgendwas anderes, was halt diese hohen Frequenzen von 550 MHz hier hinbekommt. Der zweite, das dürfte das hier sein. Pericom, heute Diads Inc. PI3WVR12412. Ist ein HDMI 2 oder DisplayPort 1.2 Video Switch. Klingt ganz gut. Und das hier ist 4 LAN 1 zu 2 MUX DMUX. Macht auch DDC und HDP Signale. Das heißt also, dieses iSquessi, was ich angesprochen habe, macht der eigentlich intern schon. Die Frage ist, ist es eine Richtung oder beide Richtungen? Und so wie das für mich aussieht, ist das wurscht, weil hier ist keine Logik dazwischen im Blockdiagramm. Okay, und ich habe gerade noch mal rund geguckt. Also, die bezeichnen immer das hier als Common, das hier als Port 1 und Port 2. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte bidirektional. Jedenfalls vom Chip her. Ich habe da aber noch eine andere Idee. Und zwar wegen dem, was wir gesehen haben. Wenn wir gerade noch mal hierhin zurückgehen. So war ja nichts. Und wenn ich, was ist das hier? Das ist glaube ich der Monitor. Wenn ich den Monitor hinten dran stecke, passiert ja nichts. Wenn ich aber den PC dran stecke, ja hier, dann geht hier die Lampe an. Preisfrage. Hat der Ding überhaupt Strom? Nur mal so. Zur Frage. Ich hatte ja hier diesen Micro USB geholt und eingesteckt. Theoretisch hätte der Strom geben sollen. Die Frage ist, wieso geht dann keine Lampe an? Jetzt kann es natürlich sein. Blöde Frage. Den habe ich den Monitor stecken. Der Monitor gibt bestimmt nur Strom aus, wenn er ein Signal hat, oder? Lasst mal gerade das hier irgendwie so ein bisschen anders balancieren und mal an einer anderen Stelle was Strom schibitzen. Wie sieht das aus, wenn ich hier einstecke? So geht es. Dann lasst das noch mal probieren. Das hier war der Monitor. Den hätte ich gerne hier dran. Das hier war der PC. Den hätte ich dann gerne mal hier dran. Geht jetzt Signal durch. Ja, es funktioniert. Gut, also hacken wir das Ganze mal ab unter Anwender. Einfach zu dumm. Und ja, ignorieren das Ganze. Problem für mich war halt, es hatte auch mit einer Powerbank nicht funktioniert. Ich vermute aber einfach, dass das dann wieder ein Signalproblem war, denn der Monitor ist sehr wählerisch, was er überhaupt annimmt. Es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass auch hier so überhaupt funktioniert. Und ja, vielleicht habe ich beim Testen da einfach ein anderes DisplayPort Kabel erwischt. Deswegen ging es nicht. Whatever. Deckel drauf. Funktioniert. Und dann kann ich jetzt auch endlich finali hier zwischen Laptop und PC umschalten. Muss nicht jedes Mal alles umklemmen. Das macht auf jeden Fall die ganze Sache deutlich einfacher. Und auch wenn das dann jetzt eine sehr kurze Sache war. Immerhin weiß ich jetzt, was hier drinsteckt. Wie sie das gemacht haben. Einfach einen fertigen Chip geholt. Mit Stromversorgung. Entweder wenn etwas 5 Volt hier liefert. Zum Beispiel der PC. Der Monitor macht es halt nicht. Oder halt hier über einen entsprechenden Spannungsregler dann noch. Das erklärt dann auch, wieso die Diode da ist. Wie auch immer das Ding hier tut, was es soll. Amen.